Es war selben in Nazareth hinter dem Mann, der sich Josef hat genannt. So friedlich, so brav und so stark, wie man nicht gleich wieder ran kann und nicht gleich wieder fit. Er hat alles Zimmerman gelebt, Geld war freilich keins da. Mit der Arbeit hat er es halt gerade so unterhebt, dass er halt gerade so fortmachen kann. Ganz Nazareth sagt, so wie die zwei leben, so friedlich, so brav und so stark, das wird es wohl nicht gleich wieder geben. Wäre aber schön, obwohl es es öfters geben würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017